Ja, läuft! Ich schalte nun an. Wir lernen wie. Voll einfach. So, jetzt geht's so. Sein Vorsicht. Ein bisschen erstmal, ganz kurz. Gleich musst du aber durchziehen. Schrei voll nach oben und dann ein bisschen oben. Volle Motto, ja? Also jetzt voll? Also es kann sein, dass diese leichten, schrägen Lagen geht und so weiter. Oh, ist das ein Traum. Alter, Naturtalent. Ja, noch kein Problem. Ha, da ist das Ding. Jetzt ist das ja kein Ding. Und das ist gerade. Das kann relativ schnell runtergehen. Na und, und jetzt? Oh, Alter! Was ist los, was meine Mutter? Krass, das ist so einfach. Danke.